Azeroth darf nicht fallen. Denkt immer daran, es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Region. Sie werden nicht entkommen! Illidari, Angriff! Angriff! Ist alles tot hier. Wann los? Langweilig. Warte mal, was war denn hier? Gesundheitsstein, okay. Dann darf man nicht mal liegen. Habt ihr schon aufgeräumt, Leute? Oder ist hier los? Wenn das verpasst. Ich muss wohl hier hoch. Ups! Der Teufelslot ist dort vorne! Oh, ich geh mal hin. Mein Chef. Meine Geistersicht, aber die ist geil, ne? Hättest du auch gerne. Aua! Ich bin gekommen, um zu zelken. Aua! Muss ja elektrisiert, kann das sein. Meine Angst verfehlt nie ihr Ziel. Glaub ich schon. Ich schaffe hier ja auch. Na, 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 na. Ich hätte eure Toten entstärken gerissen. Jetzt hab ich Klebewerfen gekriegt. Jetzt muss ich wieder entriegeln. Dann brauche ich mal hier drüben hin. Oh, hab ich den? Hätte ich dich gesehen, hätte ich gewartet auf dich. Naja, Entschuldigung. Tut mich jetzt leid. Was ist das denn? Oh, ist das irgendein Item? Finger. Finger, Finger, Finger. Was ist das für ein Finger? Kritte Meisterschaft. Ersetzen wir mal den da. Gut. So. Ich glaube, wenn ich hier runtergehe, ist es eine Abkürzung. Hui. Was ist wieder hier raus? Ja, ich glaube, der Pfeil zeigt so, glaube ich, in die Richtung hier. Gucken wir mal auf die Karte. Ja. Das ist irgendwie da außen hoch. Links rum jetzt. Wir haben auch gleich Level ab. Dauert nicht mehr so lang. Dann sind wir 99. Dann fehlt ja nur noch das eine Level. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Da war das Level. Jetzt kann ich auch Talente verteilen. Gucken wir mal die Talente erstmal an. Das ist so das erste Talent, was ich verteilen darf. So, was kann man hier machen? Teufelsmeisterschaft. Erhöht den Schaden von Teufelsrausch um 50%. Wenn Teufelsrausch mindestens einem Ziel Schaden zufügt, erzeugt ihr zudem 65%. 20 Jezorn. Chaos Spalten. Chaos Stoß fügt einem weiteren Ziel zusätzlich 50% des Schadens zu. Das war letztes Mal das Skill. Das war nicht scheiße, weil dann irgendwie mein Mainattribut wäre. Das hier verschwindet dann der Skill. Warum weiß ich auch nicht. Ob das ein Bugbau oder beabsichtigt. Blinder Jezorn erhöht die Effektdauer von Augenstrahl um 50%. Stimm mal den. So. Zerstört die Verwüster der Legion. Tod, wir werden nicht lange durchhalten, wenn ihr diese Verwüster nicht verlichtet. Mein Leben, einzig im Untergang der brennenden Legion. Lass die Untertanen der Blutkönigin und die brennende Legion in der Gegend um die Inferno-Spitze euren Zorn spüren. Da kriegen wir Schuld an. Ihre Zahl ist uns weit, weit überlegen. Können wir sie überhaupt besiegen? In der Legion und unserer Vernichtung steht. Trefft euch mit Corvars Blutdorn am Fäulnis. Falls wir und ihren Weg über die Brücke, hat Corvars eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Gut. Mach ich doch alles. Halt. Brauche ich auch noch eine Quest. Ah ne. Hier ist nichts mehr. Geh ich doch mal. Ach da, die Dinger muss ich killen. Oder ausschalten. Ein vielversprechender Anfang. Doch der Mut scheint eure Truppen schon zu verlassen. Ich würde mich ja auf eure Ankunft freuen, wenn ihr nur eine Chance hättet zu überleben. Na rechts geh ich auch gleich noch. Ihr seid es, die nicht davon kommt, Dämonenhexe. Wie amüsant. Selbst von hier oben fühle ich eure Angst. Sagt, habt ihr je daran gedacht, euch uns anzuschließen? Jee, die Spinne hat mich voll gekotzt. Anführer, meldet euch! Wir sind bei der Seelenmaschine auf heftige Gegenwehr gestoßen. Wo denn? Unser Angriff läuft. Ich stoße hinzu, wenn ihr den Aufseher angreift. Das ist ja gar nicht. Schlachtenfürst! Meldet euch! Ups. Uah! Alter, alter, alter! Hör auf! Der wollte mich bestrahlen. Unglaublich. Was muss ich denn überhaupt machen? Ihre Zahl ist Legion. Interessant. Da oben will ich noch nicht rein. Ich lass mal da drüben. Oh, was ist er denn hier? Kann man nicht essen? Oh, den gesund kann man nicht machen. Für Fürst Illidan! Bitteschön! Das treibt meine Leiste auch noch hoch hier. Die muss ich nämlich wieder voll kriegen. Jetzt will ich aber erstmal gucken. Wie komme ich denn da hin? Mal auch Richtung, oder? Ach, bin ich doch verkehrt gelaufen. Das geht anscheinend da rein irgendwo. Kann sein, dass der Rahmen, ob da oben drinnen ist. Ja, doch. Ist doch. Du soll ich ja eh krank machen. Oh, ich vergess mein Eyebeam dauernd sehe ich gerade. Soll ich dich vielleicht auch mal wieder einsetzen? Die Scheiße können wir auch nochmal benutzen. Das Gerät, das ihr soeben zerstört habt, stabilisiert die Gebäude der Legion. Schaut, ob es hier noch mehr davon gibt. Die bin ich mal so voll daneben gebeamt. Richtig geil. Irgendwer hat den Rahmen abgetötet. Das ist glaube ich nur so eine Spinne gewesen. Wenn ich mich irre. Ah, da ist er. Sucht ihr euren zerschlagenen Drehn ein. Natürlich meine Beamer. Die Brut meiner Königin wird bald schief. Was, was, was? Oh, nein. Ich muss schlüpfen. So. Alles gut. Oh, hier sind auch noch welche. Ach, warte mal auf. Die Brut meiner Königin wird bald schief. Die Brut meiner Königin wird bald schief. Ach, scheiß auf deine Königin. Hau dich jetzt um. Die drei gleich spinnen. Wenn wir nicht gut tun. Hoffe ich zumindest. Oh, sie sind doch ein paar mehr. Okay. Da kann ich den Wildheitsstein abschließen. Es fällt um. Ich komme euch zu Hilfe. Ich komme euch zu Hilfe. Hm, das war ein ganz schön knapp. Sie haben mich getötet. Sehr schön. Meine Güte. Ich werde euch rächen, Geliebter. Ich habe hier irgendwas bekommen. Oh, ein Ohr. Ich habe euch beschämt. Ich gebe mein Leben benötigt. Ich schröre es. Bevor das wieder spawnt, das Vieh und ich es nochmal platt machen muss. Muss hier nicht irgendwo was liegen? Uh, egal. Aufs Maul. Da liegt aber was. Hm. Treasure Chest. Ich glaube, die ist hier unten, oder? Ach, da hinten. Sieh mal rein. Was haben wir denn da? Tasche aus der Haut eines garstigen Pirschers. Oh, eine Tasche. Wie groß ist denn die? 28 Platzbehälter. Die nehme ich mal. Ein bisschen größere Tasche kann nie schaden. So. Kann man ja auch nochmal platt machen. So. Kann ich eigentlich überall platt machen, aber kann ich auch zum nächsten Mal gehen. Hier den Weg weiter hoch. Jetzt habe ich noch einen Rahmen ab. Wenn ihr mich jetzt nicht abmautet, dann könnt ihr mich mal. So. Hier drüben. Muss das irgendwo sein? Da ist er noch. Der Weg. Da ist er noch. Ah, da kommt. Da stehst du halt auch zu blöd im Weg. Jetzt muss ich nicht meinen Eyebeam verschwenden. Ja, ich weiß, dass der Aufseher da steht. Brauchst mir das nicht anlegen. Hier ist aber auch wirklich gar nichts los. Was macht ihr denn da? Chillen oder was? Warum haben die Schiss denn anzugreifen? Ich werde euch zurecht prübeln. Alles wird gut. Mutter ist hier. Oh, das ist aber ein großer. Scheiße. Der hat einen totalen Anstoß gemeint. Ah. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Der wirbelt. Gefällt euch mein neues Schwert? Schaut genauer hin. Gefällt dein Schwert gar nicht. Das muss ich sagen. Alter. Der Ansturm geht aber schnell. Oh. So, ich bin weg, wenn der wirbelt. Jetzt wird er mich ab. Rutter als Schwertspitze. Was kann das? Ich werde anderen ausgebraucht. Als Mutter hat man immer zu tun. Was? Was haben wir denn da? Kritt. Das ist aber blöd, da ist nur ein Wert drauf. Den will ich nicht anziehen. Das kann man zwar benutzen, das Ding. Was macht das denn, wenn ich es benutze? Schleudert die tödliche Schwertspitze nach dem gegnerischen Ziel. Ach, ne. Das kannst du behalten, das Teil. Fieh da oben noch am toben Kopf. Ich mach mich mal mit hier. Aua. So. Jetzt hab ich den neben mir auch getroffen gehabt. Das war gut. 92 Prozent? Okay. Ach, sammeln die, ich bin schon lange tot. Tote machen kein Hackfleisch mehr. Was ist denn hier unten überhaupt? Das ist ja wohl ein guter Tag. Hab ich doch getötet, was willst du von mir? Was ist hier? Ach, da ist noch so ein Verwüster. Die muss ich auch noch. Das hab ich ja fast vergessen jetzt wieder. Da oben ist noch einer. Ach, man putt das Ding, genau. So kann man's auch machen. Einfach mal wegschmeißen. Jetzt will er wirklich wieder lasern hier. Ach ne, den anderen wollte er lasern. Was ist denn die für ein Fragezeichen? Da steht einer. Äh, beschafft den Folianten das Dämonengeheimnis. Jetzt gibt's Handschuhe. Vertraut auf Fürst Illidans Plan. Die Wichtelmutter ist in der Mühle dort. Die Wichtelmutter? Gucken wir uns die Wichtelmutter doch mal an. Ach, da. Man ist die hässlich. Uah. So, da muss ich irgendwo immer placken, die Wichtelmutter. Und Scherrisch. Ah, ich muss ihm aufs Maul holen. Bevor sie unsere Welt verbrennt. Blatt. Bläh. 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 Meine Geheimnisse werden euch verschlingen. Wohin kommt's weg. Scherzwichtel, die Blatt machen. Ich weiß, Neuwichtelmutter machen wir uns nicht so viel Schaden. Das sieht's grad so aus. Wenn das das so viel ausmacht. Sie stehlen unsere Geheimnisse, meine Königin! Bringt mir den Folianten zurück, meine Diener! Ja. Ich bin色asse vom Dorf.